Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich werde bemühen, das nicht voll auszuschöpfen. Meine Damen und Herren, wir haben heute und auch gestern viel über die Auswirkungen der Folgen der Corona-Krise diskutiert, eine Pandemie, die das Potenzial hat, Hunderttausende von Menschen zu töten. Wir haben gezeigt, dass wir uns diesen Herausforderungen stellen, und wir haben auch gezeigt, dass wir Wissenschaftler ernst nehmen und wir bereit sind, gewaltige Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Wir tun das alles, weil wir hoffen, damit die drohende Gefahr abwenden zu können. Das Gleiche gilt aber auch immer noch für eine Krise, die uns ebenso weltweit bedroht. Es ist die Klimakrise, und die sollte in diesen Tagen auch nicht völlig hinten runterfallen. Weltweit haben uns Wissenschaftler berechnet, was passiert, wenn wir zu dieser Krise nicht auch einschneidende Maßnahmen treffen. Wir wissen inzwischen alle, was Kipppunkte sind. Wir wissen, was passiert, wenn wir jetzt nicht entschieden umsteuern. Meine Damen und Herren, dieses Wissen muss dazu führen, den weltweiten CO2-Ausstoß drastisch zu reduzieren. Eigentlich ist klar, dass wir dafür nur noch ein kleines Zeitfenster haben, unser Wissen auch tatsächlich in Handlungen umzusetzen. Diese Handlungen müssen eben wirkungsvoll sein. Die Anstrengungen werden nicht minder gewaltig sein müssen in allen Sektoren, in Wohnbereichen, in der Energieerzeugung, in der Industrie, der Landwirtschaft und natürlich auch im Verkehrssektor. Dazu haben wir heute diesen Gesetzentwurf eingebracht. Aber daher sagen wir sehr deutlich, die hessischen Landesbediensteten, das ist der Kern unseres Antrages, die hessischen Landesbediensteten sollen zukünftig eben nicht mehr auf Kurzstrecken fliegen. Es gibt hervorragende Alternativen. Noch vor ein paar Wochen hieß es, diese Forderung sei völlig utopisch. Man könne Gespräche nicht einfach in Videokonferenzen verlagern. Man könne Meetings gar nicht virtuell führen. Die Corona-Krise, meine Damen und Herren, hat uns eines Besseren belehrt. Wenn wir müssen, können wir, und wir werden müssen. Und so wie bei der Bekämpfung der Corona-Krise, wie wir es versucht haben, alle Infektionswege zu begrenzen, werden wir es auch bei der Klimakrise machen müssen. Niemand wäre hier auf die Idee gekommen, nur eine Sportart zu verbieten oder zu argumentieren, die anderen sollen doch damit anfangen, mit dem Infektionsschutz oder der Infektionsschutz sei viel zu teuer. Nein, meine Damen und Herren, beim Klima erleben wir, dass es immer dann, wenn es konkret wird, bei der Braunkohle, bei der Förderung erneuerbarer Energien, bei der Stärkung des Radverkehrs in den Innenstädten, bei den Tempolimitzen auf den Autobahnen, immer dann ist ihnen die Wirtschaft wichtiger als der Klima. Aber, meine Damen und Herren, ohne Klima wird es eben auch keine Wirtschaft mehr geben, die gefördert werden kann. Wir brauchen eine andere Form von Wachstum, ein Wachstum, das eben nicht nach schneller, höher, weiter schreit, sondern ein Wachstum von Nachhaltigkeit, ein Wachstum von Bildung, ein Wachstum von Gesundheit. Das müssen die Maxime sein, mit denen wir aus dieser Krise herausgehen. Meine Damen und Herren, die Antwort auf die durch Corona ausgelöste Wirtschaftskrise kann nicht heißen, weiter so. Die Antwort muss heißen, umdenken. Österreich und Frankreich machen es uns vor. Die staatliche Beteiligung an den Luftflotten gibt es dort nur, wenn sich diese auch bereit erklären, sozial und ökologisch umzusteuern. Dazu gehört eben auch eine deutliche Reduzierung von den klimaschädlichen Kurzstreckenflügen. Nicht die Abfahrtprämie kann die Lösung sein. Meine Damen und Herren, wir brauchen neue, vernetzte Verkehrskonzepte, weniger Individualverkehr und natürlich auch weniger Flüge. Ja, der Klimawandel wird uns zum Umdenken zwingen. Je später wir damit anfangen, desto gravierender werden die Einschnitte werden. Jetzt noch ein Teil an dem Part hier im Parlament der GRÜNEN. Liebe GRÜNE, an dieser Stelle, ich verstehe nicht, warum Sie bei so zentralen Themen Ihrer Partei, bei Themen, bei denen es wirklich um die Frage von Glaubwürdigkeit geht, sich auf so faule Kompromisse einlassen. Klimazertifikate werden keinen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise leisten. Sie wissen das. Mit Klimazertifikaten verlagern Sie das Problem, anstatt es an der Quelle zu bekämpfen. Das Klima lässt sich nicht mit Geld kaufen. Das Klima, meine Damen und Herren, fordert das Handeln, und das Klima fordert das Handeln jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.